moin leute was geht willkommen zu diesem video heute nun mal wieder ein kleines info video das video werde ich auch sobald wir fertig sind damit offline nehmen und zwar möchte ich euch nur etwas zeigen und zwar hier auf unseren discord server dann könnt ihr gerne reinkommen leute wir haben jetzt hier einen neuen reiter der heißt setups hier habe ich ja schon reingeschrieben leute schickt ihr gerne eure setups ein ich möchte auch reagieren und es ist egal ob ihr ein scheiß setup habt oder ob ihr einen legenden setup habt es wäre einfach nur nice wenn ihr gerne reinschicken würdet hier schreibe ich auch im übrigen immer rein hier zum beispiel war nicht live und so und so zeug und hier könnt ihr generell mit uns schreiben und ja auf jeden fall wenn ihr gerne reinkommen würdet den link findet ihr unten in der video beschreibung erster link würde mich freuen wenn ihr reinkommen würdet dann sehen wir uns nach einem stream haut rein und ciao leute